das unboxing trust radios habe ich auch nie von gehört da steht es trust radios gaming headset gxt 310 quality lässt sich wahrscheinlich darüber streiten weil ich wenn ich mir das so von außen schon angucke ist es bestimmt nicht so geil aber es hat auch wirklich fast gar nichts gekostet ist unsere übergangsweise oder einer playstation oder so kann man es denke ich mal benutzen für was ist es alles ist es für playstation pc laptop ps5 ps4 xbox series x switch und mobile vielleicht auch am handy so ich habe noch nie am handy gesessen und mit einem verdammten jetzt gefällt lassen wir dies da hat noch einen geilen gxt aufkleber dabei ist ja gut so ok und hier hätten wir das headset ok von der quality her ist es es ist halt günstiges headset verdammt ja so übergangsweise also es fühlt sich vom 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 place her gar nicht so scheiße würde ich sagen wo haben wir denn jetzt hier denn dann hätten wir hier auch direkt den adapter mit dran wir könnten es ja mal ausprobieren ob vielleicht das mikrofon an der kamera klappt ich weiß es nicht das ist das mikrofon so ich hoffe das mikrofon an der kamera klappt wenn es nicht klappen sollte werde ich da gleich im video so jetzt habe ich versucht das mikrofon von dem headset an meiner kamera zu benutzen ich hoffe es hat gefunst ja von der quality her ist es okay ich sag mal für so einen großen eierkopf wie ich vom tragekomfort naja die ohrpads sind ein bisschen klein vielleicht eher für ein kind gedacht anstatt für einen ausgewachsenen bullying okay aber ja es ist okay es ist von der verarbeitung her okay ich hoffe der klang passt ich werde dazu dann auch noch ein video machen wenn es nicht geklappt haben sollte mit dem an meiner cam ich wage es irgendwie stark zu bezweifeln ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen tag link ist unten runter lasst mir kommentar da bis denn dann ciao